Hä, warte mal. Ich hör was. Ich hör auch was. Was hör die denn? Stampfen im Schnee. Ich seh noch nichts, aber ich höre. Ich hör auch nichts. Oh! Nein! Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, Matchstarten. Okay, das ist Sprinten. Ich bin noch nicht da! Boah, die tanzt, warum tanzt die? Ja, weil die sich angepasst haben an Fortnite und du solche Tanz-Emotes jetzt auch hast. Ja, wo seid ihr? Da seid ihr! Ihr steht hier! Ich bin noch gar nicht da! Doch! Ich lade noch! Drei, zwei, eins, jetzt kommen wir glaube ich ins Flugzeug. Ah, ich bin da! Hi! Oh! Hallo! Oh, jetzt höre ich auch was. Dieter, du musst jetzt die Antwort machen, Mann! Ja! Und zwar schnell! Ich hab noch einen Ladebildschirm! Wo wollen wir denn hin? Keine Ahnung! Wie öffne ich die Karte nochmal? Mit M! Mit M! Gut! Ähm, wie wärs, wenn wir... Wir fliegen ja da lang! Ähm... Da so? Hier? Ja, doch, äh, doch gefällt mir! Doch, gefällt mir! Ja, also ich bin immer noch am Ladebildschirm! Was? Ja, ich bin noch immer am Ladebildschirm! Oder da? Ne, ne, das ist zu nah, das ist zu nah! Wir müssen jetzt raus, wenn wir zu diesem einen Ding wollen! Okay, dann, äh, wir springen ja nochmal... Ach, sie haben ein F! 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 Ach ja, F! Drei, zwei! Oh, ihr seid schon alle raus! Huch! Bin ich auch raus? Nö, du bist ja im Flugzeug! Nö! Und ich fliege euch hinterher! Ich hab Motoren-Sound, aber, aber es liegt noch bei mir! Ich fliege einfach Valkyria hinterher! Jetzt, 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 jetzt kann ich springen! Oh, bei dir ist jemand! Oh! Neben dir fliegt jemand, aber der gehört nicht zu uns! Du meinst da hinten? Ja! Ich seh aber nur einen! Oh, ist rohkalt! Ja, ich seh auch nur einen! Valkyria! Oh, ich bin auf dem Berg gelandet! Das muss ich jetzt aber echt nochmal üben hier, ne? Valkyria, er ist bei dir! So, Vito wollte die Anmode machen! Vito hat die Anmode immer noch nicht gemacht! Ja, ist korrekt! Ich glaube, ich würde das erstmal als Proberunde nehmen, weil, wenn ich jetzt... Ich bin halt einen Kilometer von euch entfernt! Ach! Ja, ist doch lustig! Ähm... Nachladen mal mit R, ne? Ja! Ja! Ich hab ne Weste! Oh! Es wird mir angezeigt an der Seite, das ist schon mal schön! Wie hab ich das geöffnet? Ich seh Vito! Ich seh Valkyria! Ich renne auf dich zu! Hafenpups, ich komme! Soll ich jetzt ne Anmode machen oder nicht? Kannst du gerne machen, also ich bin schon mal dabei! Boah, Vito, mach was du willst, ey! Weil ich find das halt irgendwie merkwürdig jetzt, wenn wir so total verstreut sind! Ich bin schon tot! Tiffy ist tot! Das ist keine gute Runde, würde ich sagen! Weil Tiffy ist in einem komplett anderen Dorf abgesprungen, ich bin ein Kilometer weit entfernt. Hat doch super funktioniert! Haseinpups, ich bin da! Ich bin halt irgendwo und nirgendwo! Aber Tiffy, du müsstest uns zuschauen können, ne? Dann kannst du ja so ein bisschen sehen, was wir machen! Ding Dong! Hi! Oh Gott! Ah! Verdammt! Irgendwie... Hier ist noch ne Weste! Achso, du hast schon eine! Oh, aber den Rucksack hätt ich gern! Munition, Munition! Aber ich... Oh doch, ich hab ne Waffe! Okay! Nachladen! Nicht, dass ich wieder nicht nachlade! Es ist jetzt schon ne Katastrophe! Hast du schon nen Rucksack? Ja, hab ich! Ich hab hier nen Stufe 2 Rucksack! Ey, ich weiß nicht! Polizeiwürste! Oh, die, 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 die... Du hast nen einfachen! Komm mal her, hier! Oh! Ah, ich wirst dieselbe! Ja! Ja, nehm ich! Stufe 2! Dankeschön, Hasen! Pups! So! Bittesön! Bittesön! Wo ist Vito? Ich hab keine Ahnung! Der ist verloren gegangen! Stufe 1 Helm, ich hab ne Stufe 2 Helm! Das nehm ich mit! Okay, ich muss die Tastenbelegung, glaub ich, nochmal ändern! Ich hätte das gern auf E hier! Noch ne Stufe 1 Helm! Und noch ganz viele andere Stufe 1 Helme! Oh, ich hätt gern nen Helm! Hier oben ist ein Helm! Oben? Oben! Treppe, Treppe, Treppe! Äh, sind wir noch in der Zone? Ne, hier! Hier, komm mal mit! Da! Hier, so! Da! Hier, da! Du, 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 du! Nehm ich! Dankeschön! Hopp! So, was haben wir hier noch Schönes? Da war ich schon! Hier ist nix mehr? Nee, da hab ich meine zweite Waffe ja! Guck mal, es sind noch 78 Leute am Leben! Ja, die könnte ich mal nachladen hier! So! Guck mal, hier! Hm! Zäh dich auf dich! Das wird so ne Katastrophe, ey! Kimmelkorn! Wollen wir mal zu Vito gehen? Ja! Kimmelkorn! Wie schön das! 74 noch! Und wir leben noch! Ich hab keine Ahnung wo die Zone ist! Weil ihr ja auch sonst so gelandet seid! Wir sind in der Zone, yay! Wir sind in der Zone! Wir haben schon mal, äh, Glück! Äh, ja, ich könnte vielleicht, äh, das machen! Da wo La Bendita wohl gelandet hat, das ist gar nicht mal so schlecht! Oh! Nein, das heute nicht! Da ist großes Gebäude! Da ist großes Gebäude! Großes Gebäude! Ich hab Angst, dass Leute da sind! Große Gebäude, böse Gebäude! La Bendita war früher eigentlich immer noch nicht für großes, belebtes Gebiet! Hier haben sie auf jeden Fall schon geschossen! Das gefällt mir nicht! Ah, pfff! Ja! Ich verstehe, was du meinst! Dezent! Ja doch! Ich hab ihr nicht gelandet! Oh! Ja, okay! Dann, äh, wissen wir auch warum! Dann war das von dir? Ja! Das waren ihre Einschusslöcher! Sie stand davor! Lol! Wir haben noch die größte Stadt auf der Karte zwischen uns! Was? Oh, da hinten kommt ein Auto! Was? Da war ein Auto! Da hinten auf der Straße war ein Auto! Ich krabbel mal ne Runde! Ah ne, warte! Äh, Z! Ja! Warte, 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 warte! Och, Mann! Liegen blockiert! Du warst im Weg! Wir sind in der Schnecken! Das ist ja wie bei Dead by Daylight hier! Wir sind in der Schnecken! Ja, dann kann man bei Dead by Daylight liegen! Also, liegen kann man immer! Ist bloß nicht so von Vorteil! Oh, wir sind richtig gut versteckt hier! Ich dachte eben, ich hab da was gehört, aber das war's nur du! Entschuldigung! Okay, weißt du was? Weißt du, ihr überlebt bestimmt, weil ihr alle anderen einfach so langsam sagt! Garantiert! Hä? Wir sind noch voll im Spielbereich! Siehst du? Oh! Wie stecke ich die Waffe weg? Kann mir das einer sagen? X! Mit X! Das ist zumindest bei mir! Ja! Danke! Ja! Voll gerne und so! Ich glaub wir müssen ja erstmal 100 Stunden spielen, um es überhaupt erstmal zu verstehen! Verstehen nicht! Ganz so schlimm ist es jetzt eigentlich nicht, ne? Äh... Ich müsste, glaub ich, nochmal auf den Trainings-Server... Hier ist ein... Oh Gott, hast du mich grad erschreckt, ey! Gott, da hin! Du bist ein Feind, ey! Ja, dachte ich auch! Ah, Friendly Fire! Ist so! Was, was liegt da drin, Lissi? Ähm, das sah nach Rucksack aus, ich geh da mal rein! Mach hier mal zu! Hier ist noch ein Stufe 2 Rucksack, aber du hast ja schon einen! Ja, ne, unten war noch was! Äh, hier ist noch, äh, ne Pistole! Nö! Ja, ähm, Energydrink und ne Rucksack! Ähm, ich wollte zwar eigentlich den Energydrink... Oh! Bleib hier drin! Bleib hier drin! Gleiches Bum, 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 Bum! Weil ihr rot seid! Oh! Ja, wir sind in der roten Zone! Weg vom Fenster! Am besten... Hi! Oh! Oh! Handwaffe! Brechstange! Warum nicht? Was macht das Bum, Bum, Bum? Das macht vielleicht gleich Bum, Bum, Bum! Oh! Hab ich schon nachgedacht? Warte! Das sieht... Ey, du hast nur ne Strotflinte! Äh... Ne, nur ne Strotflinte! Oh, ja doch! Ne Kleine! Huch! Ist mir gar nicht aufgefallen! Wann macht's endlich Bum, Bum? Wie komm ich denn... Ah! Hier! Wieso macht das kein Bum, Bum? Wann noch ein kleines bisschen? Dass die immer Bum, Bum haben will, weißt du? Ja, jetzt! Damals Bum, Bum! In die Augen! Ich spüße dein Auge! Ich spüße dein Auge! Das ist so ne richtig gute Runde schonmal, ne? Ja! Guck mal, da sind 50 noch am Leben! Wir leben noch! Ja! Das ist gut! Ich mach hier mal zu, ne? Oh! Warte, ich wollte mal, ähm, ich hatte doch, äh, hier so, äh, kann ich das hier irgendwo? Nein! Schnellfeuer geht vielleicht nicht auf Strotflinte, ne? Ist, äh, vielleicht doch! Was geht bei dir so? Ich lauf durch die Gegend in eure Richtung. Schrei ich hier nicht raus? Oh! Dann mach dir einfach noch das Glas kaputt, ne? Wie komm ich da durch? Einfach springen! Äh! Ah! Mit, äh, Leertaste! Ja! Ja! Ne, ich hing gerade, äh, zwischen Quensterrahmen und allem anderen. Wir sind hier voll auf dem Präsentierteller, ne? Oh, Präsentierteller gefällt mir nicht! Ähm! Ähm! Großer Bogen! Jaaa! Bin dabei! Wow! Was für ne Aussicht! Mensch, bei mir ist grad ein Motorrad vorbeigefahren. Äh, äh, das gefällt mir nicht. Was hast du gesehen? Motorrad, hat er doch gesagt. Ist bei ihm langgefahren. Ach so, ja. Ah, ich wurde angeschossen, angeschossen, angeschossen! Wer schießt jetzt zurück? Ich weiß aber nicht von wo! Ähm, ja, gut. Siegst du? Man konnte mich holen, aber von... Ja. Gut. Und wo kam das? Es kam von rechts dann, also hinter uns. Ich dachte, das ist so! Vito! Hier gucken wir bei Vito zu. Wie, wie kann ich denn wechseln? Bei mir wechselt er nicht. Das wüsste ich auch gern. Äh... Kamera wechseln. Äh... V? Ach so. Ne, da hat man die Ego. Alter, hier fahren so viele Teams da um mich rum und da rum. Wo bin ich denn hier? Ja. Ah... Page up, page down. Äh... Wie... Äh... Funktioniert aber bei mir nicht. Ja, ist korrekt. Bei mir auch nicht. Ah! Gefunden! Geht doch! Wo denn? Ähm... Du hast wahrscheinlich auf deiner Tastatur auch Bild stehen. Auf der rechten Seite. Bild nach oben, Bild nach unten. Da drauf klicken. Mach da nicht. Okay. Gut. Dann fährt der Auto. Ja, schickes Auto. Ja, doch. Ja, schickes Auto. Beto! Ja, mir geht's ähnlich. Lol, du musst in meine Richtung. Beto! Und Valkyria rennt. Und da war jemand oben. Wo? Äh... Leg dich hin. Leg dich hin. Und genau da hinten. Genau da hinten. Hinten auf dem Berg. Siehst du? Genau. Ja. Blöd ist nur, ich hab kein Dings-Ziel. Ich bin zu weit weg. Ich muss hier weiter... Ist korrekt. Aber der rennt auch. Merkt ihr die Gradzahl ungefähr? Wo er ist? 285 war das ungefähr. Digga, das ist hier voll die Motorrad-Gang. Ja, bei uns nicht mehr. Boah! Boah! Äh, Bombenstimmung, würde ich sagen. Äh... Äh... Ich bin jetzt in deiner Nähe, Valkyria, ne? Wo sind denn... Oh, ich seh da hinten. Meint ihr den Berg so in Richtung Norden? Ja. Ungefähr 285 Grad. Ne, also 235. 285 Grad ist von meiner Pestwicklung auch anders. 285 ist da hinten, das muss da gewesen sein. Ja. Also 235, 340 so. Ja. 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 Dann solltest du vielleicht... Ähm... Oh. Ihr seid nicht mehr weit voneinander entfernt. Wow. Genau. Nur noch 50 am Leben. Nichts. Juhu, Vito, wir gehören zu den besten 50 Prozent. Ja, wir müssen langsam mal in die Zone rein. Dann haben wir nur ne Minute zum... Hä? ...verschieben. Oh, fuck! Ich dachte, die sind nicht in der Zone. Ähm... Vito? VITO! Ja, die stehen drüben auf dem Berg. Ich würde erstmal gegen den Berg schießen, ja. Wow. Lauf! Vito setzt sie unter Beschutz. Oh! Du bist tot! Fuck you, Alter! Räche mich! Vito, du bist alleine! Darf... Darfst du mich sofort gespottet haben? Warum bist du denn jetzt tot? Weil sie gestorben ist. Weil die mich die ganze Zeit beschossen haben mit ihrer scheiß Mini. Wie viel auch ne Mini? Ich hab nur ne Scar. Ich hab keine Scopes. Ich hatte auch keine. Robbe ans Ziel! Stille. Aber sieht die überhaupt jemand? Nö. Nö. Doch, die gucken grad über den Berg rüber. Was? Wo? Ja doch, doch, du hast recht. Dann ganz minimale kleine Punkte. Oh ja, da! Da fehlt auch einer. Das sind Ameisen! Das sind Pixel! Eine Ameise läuft da, und eine Ameise läuft da! Ja, das Ding ist, das Problem ist, ich hab halt nur nen Rotpunkt, ne? Und wenn die ne Vergrößerung haben, dann haben die halt so auf Entfernung einen gewissen Vorteil. Korrekt. Wobei, wenn ich mir so Moondye oder so anguck, die könnten das halt auch ohne Scope. Ja, manche Leute spielen das ja auch Tag und Nacht. Oder hier, äh, Hübschi mit dem Kopftuch, wie hieß der denn noch? Ähm... Ich weiß, wen du meinst. Ja, Hübschi halt. Hübschi? Ja, der mit dem Kopftuch, ähm... Ach, fuck. Ne, so hieß der nicht. Nicht? Ach, fuck heißt der nicht, ne. Er hätte fast gesagt Mortal Kombat Gaming oder so, nein. Ach, Mann, ähm... Ach, komm. Nö. Ich weiß es doch. Oh! Aber warum sag ich es nicht, wenn ich es weiß? Weil du einfach mit dem Kopf im Spiel bist. War da grad nen Scope hier? Ja, aber nen Holo, das bringt mir gar nix. Oh ja, alles klar, wenn du in Stufe 3 bist. Alter. Übertreib mal nicht so hart. Übertreib mal nicht so hart, der ist alleine. Oh, da ist noch so n... Dings. Er muss übertreiben. Mit R den Spieler melden, den du gerade beobachtest. Okay. Und er. Oh, oh. Vito, ich glaub, du kriegst Besuch. Klau das Auto. Hätt ich glaub ich auch gemacht. Nein! Der hat auf mich geschossen, bevor ich den gesehen hab? Ne, der hinter dir hat auf dich geschossen. Da war jemand hinter dir? Wie krass hat das denn bei mir gerade geruckelt? Ja, bei mir auch. Äh, ja. Möchte man mal nen Todescam sehen, bitte? Deathcam. Wollen wir das wirklich? Guck mir jetzt auch die Deathcam an. Ich mir auch. Wer hat mich denn jetzt gekillt? Deathcam. Das lädt, ne? Ja. Bei mir auch. Ah, da. Bei mir auch. Oh, die waren zu dritt. Solche Säcke, ey. Ah, okay. Ach guck mal, da hinten lauf ich. Ja, da hinten lauf ich. Und die verschießen halt. Ja, und der mit drei Schüssen einmal zack weg. Okay. Leute, ich hab ihm aber die Hälfte des Lebens abgezogen. Das kann ja gar nicht. Gut, äh. Das war vielleicht nicht so gut. Oh, nö. Aber können wir jetzt aufnehmen, oder? Ich hab eigentlich schon die ganze Zeit aufgenommen. Ja, gut. Nö, ich eigentlich auch, aber... Dann ist das Folge Null hier. Das war Proberunde. Okay, das war Proberunde. Ich... Ich hab die aufgenommen. Ich hab mich irgendwann aufgedingenst, äh... Ja. Aufgehört. Okay. Also, das war eine Proberunde. Jetzt. Soll ich das schon mal loslegen? Ja, du darfst. Bist du bereit, Lizzie? Ja, ich hab schon bereit geklickt. Schon alles mit drin. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, äh, hier auf unserem Kanal. Mit unserem lieben Chaos-Trupp, den wir ja auch schon von DPD kennen. Wer die Fußstampfer im Hintergrund schon so ein bisschen hört, na, und auch das Bild sieht, der weiß, in welche Richtung es geht. Wir haben es vor ein paar Jahren schon mal gestreamt. Vor ein paar Jahren? Letztes? Doch, das ist schon zwei Jahre her, Alter. Ähm, wir haben es schon mal gestreamt. PUBG ist immer noch auf dem Markt. Man kann es noch mal spielen. Und wir haben uns nicht selber gedacht, ja, wir wollen mal präsentieren und beweisen, dass wir nicht nur DPD spielen können, sondern auch PUBG. PUBG ist ein Shooter. Das heißt, es ist mal was ganz anderes als DPD, ähm, weil wir müssen auch mal damit klarkommen, dass wir aus der Entfernung getötet werden. Und dabei sind natürlich halt alle, die er aus der Chaos-Truppe kennt, ne? Das sind halt Tiffy. Hallöchen. Lizzy. Hallihallo. Und Valkyria. Hola chicas und herzlich willkommen zum neuen Projekt, so, wo springen wir ab? Valkyria kennt das ja eigentlich schon so ein bisschen. Damals vom Stream, ne? Ich kann gar nichts mehr. Ja, du hast, du hast immer die, die Leute, ähm, hast... Leute, wo springen wir ab? Ja, Power Grid, nimm, lass doch einfach Power. Okay. Was bitte? Pekaro? Nein, Power Grid. Hä? Wo denn? Das, was parkiert ist. Welches? Hä? Achso. Ich denke die ganze Zeit, da steht irgendwas drin. Okay. Okay, äh, äh, raus, raus, raus! Okay, jetzt darf weiter geredet werden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Also ich hab ja gesagt, ähm, man kennt das ja eigentlich, also Valkyria müsste es eigentlich so ein bisschen kennen, geht immer ein bisschen im Stream als Kanonenfutter gedient und hat mir gezeigt, wo die Gegner sind. Genau. Ja, das Problem ist... So wird es auch weiter enden, denke ich mal. Oh, guck mal hier, rechts neben uns ist einer. Mhm. Oh, hier sind viele. Ich werde sehr früh... Alter, hier sind viele! Nein! Oh, ja. Okay, ich... Okay, ich... Ich drifte ab nach da vorne, zu der Halle. Oh, scheiße! Ich will hier nicht sein. Alter, Pido, beschütz mich bitte. Tiffy, wo bist du? Ich fliege noch! Ich hab mein, mein, mein Spiel stürzt erstmal ab. Nein! Hallo? Ich hab ein Standbild. Alter! Da hat schon einer ne fucking Kanone! Hau! Wie mir nur Vito und ich angezeigt werden, die anderen sind bei mir nicht existent. Was ist denn falsch? Ich fliege noch. Ich fliege noch! Ich fliege noch! Ja gut, ich... Ich stürze mich in den Tod. Nein! Doch! Ich geh... Ah! Hey, komm, hier! Weißer! Pam, 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 pam! Pam, 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 pam! Okay. Ja, wie gesagt, bei mir war es auch irgendwie verpackt. Ihr wurdet mir gar nicht angezeigt. Ihr wurdet mir gar nicht angezeigt. Haut bitte... Also, ich schade das noch ein paar Mal hin. Viere manchmal auch die Lockerungen.